Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge! Und wir sind wieder hier mit unserer Raya, die sich gerade noch im Urlaub befindet in Granite Falls. Und hier wurde die süße Maus dann quasi erwachsen, beziehungsweise hat ihre ersten Erwachsenentage hier verbracht. Ich denke, sie ist jetzt ganz gut vorbereitet auf ihr kommendes Leben. Sie denkt jetzt auch schon an ihren Bruder, also sie ist schon ready für die Heimreise auch. Ich weiß aber auch, dass wir vielleicht heute schon ein paar kritische Sachen erleben werden. Da bin ich jetzt nicht so ready für, denn ja, Faith und Marley werden ja bald von uns gehen. Seien wir mal ehrlich, das wird vermutlich heute der Fall sein in diesem Part. Aber ich würde trotzdem einfach mal sagen, wir generieren heute mal unsere Zahl, es ist die 34. Gib dein komplettes Geld aus! Das ist doch absolut fies! Wir wollen noch ein neues Haus bauen und jetzt sollen wir... Okay, ich meine, so viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Aber dann können wir ihr zumindest schon mal so einen Verkaufsstand kaufen und ein paar Geräte. Ich weiß nicht, wie teuer die sind. Vielleicht reicht das Geld dafür schon gar nicht. Aber das ist jetzt dann mein Plan, I guess. Können wir aber erst machen, wenn wir nach Hause kommen. Sie genießt die Zeit auf jeden Fall erst mal. Ja, wir haben sogar noch ein bisschen Geld bekommen. Ich habe schon wieder vergessen, dass wir natürlich ein bisschen Rente kriegen. Ja, also wir kaufen uns dann halt alles Mögliche. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich würde aber sagen, wir nehmen nur das, was jetzt hier in dem Budget ist. Sie wünscht sich joggen zu gehen, dann soll sie das doch gerne mal machen. Sie möchte freundlich zu Christoph sein. Romantik hat da ja so nicht so ganz das erreicht, was ja irgendwie auch auf lange Dauer ihr Wunsch sein wird vermutlich mit irgendwem. Was okay ist. Aber vielleicht sind die einfach befreundet. So, ich habe noch vier Stunden. Ich denke, die Zeit genießen wir jetzt noch. Ich finde es schön, dass sie wieder das Feuer anschmeißt, obwohl ich es nicht kann. Sie wünscht sich ja Feuer zu löschen. Wenn ich jetzt hier löschen drücke, verliert sie ihre Angst? Ich versuche es einfach mal. Zählt das? Ne. Schade. Das wäre aber irgendwie cool gewesen, wenn das dann auch zählen würde. Sie hat sich selber angefackelt. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Ich lasse sie auch einfach mal machen jetzt. Jetzt denkt sie noch an ihren Dad. Also es ist einfach schön. Sie ist wirklich ready, dann auch alle wiederzusehen. Ich meine, ich weiß, dass wir auch noch ein Grab in unserem Inventar haben von der Katze oder von den Katzennen sogar. Aber ich bin einfach noch nicht ready, da hinzugehen. Außerdem, ich kann ja noch keinen offiziellen Friedhof bauen. Deswegen bleiben wir immer noch bei diesem Fake-Friedhof. Weil ich habe ja das Pack nicht. Ich würde es dann umändern, wenn ich das dann irgendwann habe. Aber letztendlich ist es egal. Es ist unsere Sammlung quasi von unseren Geliebten. Dann lasse ich sie jetzt nochmal ein bisschen wandern gehen. Nochmal die Natur genießen hier. Und dann ist ja die Frage, ob wir uns vielleicht mit Kai so mal treffen wollen. Weil attraktiv finden wir den auf jeden Fall. Aber ich habe den Bär gefunden. Natürlicher Fokus und von der Natur gestärkt. Süß. Da ist der Urlaub dann auch vorbei. Ab nach Haus, ne? Marley mag Reto-Musik nicht. Das ist in Ordnung. Du musst sehr dringend auf Toilette. Dann geh bitte. Du bist absolut gefährlich erschöpft. Das ist absolut schrecklich. Können Sie bitte ein Nickerchen machen? Ich habe Angst. Dann kaufen wir erstmal einen Essensstand. Den hätten wir ja sowieso gekauft. Ich finde, der passt eigentlich ganz gut. Gerade auch, weil sie jetzt aus Grand Falls kommt. Sie fühlt es einfach jetzt gerade. Das ist ihr Vibe. So, die Sachen tun wir dann gleich bei ihr auch ins Inventar. Hä? Die Items vergesse ich immer. Weil die irgendwie nicht richtig getaggt sind wahrscheinlich. Hm. Ist ja mal gerade so aufgefallen, wenn ich hier so durchscrolle. Dinge, die noch nützlich sind, sind ja so die Picknick-Decke oder so. Was mache ich mit den restlichen 89 Simoleons? Leute, ich weiß doch auch nicht. Ich stelle jetzt hier einfach einen Stuhl hin. Das wird jetzt ein bisschen wild. Aber das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist das hier. Weil das nur ein Simoleon kostet. Und dann können wir davon vier kaufen. Perfekt. Pff. Ich weiß doch auch nicht, Leute. So, jetzt pack mal deine Sachen hier ein. Ach ja. Ja, sie hatte ja ihren Schlüssel vergessen. Das hat ich schon wieder komplett vergessen. Raphael ist der Müde, macht aber auch Sinn als Arzt. Ich glaube, ich wäre auch perma-müde. Wir schicken Kai so mal eine energiegeladene SMS. Man muss ja nicht direkt hier romantisch werden, ne? Also zumindest nicht direkt ein Date planen. Wir schicken eine SMS und wenn er Bock hat, was zu unternehmen, dann machen wir das. Ins Fitnessstudio. In der Nacht Strangable. Kein Problem. Wissen Sie noch, als wir hier gewohnt haben? Also ein kleines Umstyling braucht er schon, würde ich sagen. Aber an sich ist es ein Süßi. Das Gespräch scheint ja an sich ganz gut zu laufen, ne? Aber ja, wenn er traurig ist, ist es vielleicht ein bisschen blöd, wenn wir da auch so romantisch sind. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir uns einfach jetzt erstmal ganz, also so ein bisschen anfreunden oder so. Miteinander reden. Er findet es auf jeden Fall toll, in der Zeit jetzt jemanden zu haben. Oh, er hat von sich aus geflirtet gerade, was? Das war unerwartet. Aber kein Problem. Er fühlt sich auch schon viel besser. Süß. Da können wir ja auch mal ein bisschen flirty sein, in der Hoffnung, dass er das dann auch ganz gut annimmt. Ich meine, er hat angefangen. Also es wäre wild, wenn er dann jetzt sagen würde, nee. Er mag es. Schön. Oh, er würde ihn auch gerne um eine Verabredung bitten. Weil wir können ja hier bleiben. Können wir ein bisschen Sport zusammen machen. Ich dachte gerade, er hat Nein gesagt. Er sah nicht so begeistert aus. Ja, körperliche Nähe würde ich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt machen. Also es geht mir sonst ein bisschen zu schnell hier. Trainieren finde ich gut. Und wir bleiben hier. Vielleicht fragen wir ihn mal, was arbeitet er denn? Hat er einen Job? Er ist arbeitslos. Naja. Dann mach doch mal hier oben gemeinsam ein energiegeladenes Training. Und da können die ja trotzdem reden. Er ist abenteuerlustig zudem. Damit können wir doch was anfangen, oder? Stimmst du überhaupt Gewichte? Entschuldigung. Das klingt sehr fies. Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen flirten. Mit Fitness angeben. Let's go. Können wir ihm noch sagen, dass er süß ist. Level 3 Charisma. Yay. Komm mal runter vom Laufband. Sie sind schon mal gute Freunde geworden. Ich meine, da muss ja auch nicht direkt was laufen, ne? Aber wenn die sie schon ganz süß finden, ist ja schon nett. Hören Sie auf, mir sowas zu sagen. Was? Kaiser hat die Verabredung beendet, nachdem Raya zu oft gemein oder schelmisch zu ihm war? Ich hab gar nichts gedrückt. Das ist jetzt unangenehm. Irgendwie, wen hat sie sich denn daneben benommen, ey? Nur weil sie einmal schelmisch war? Wir gehen lieber. Ich dachte, das hätte jetzt unsere Person werden können. Heißt ja aber nicht, dass er nicht nochmal anrufen kann oder so, ne? Oh, Riley ist hier. Das ist ja was für Raphael. Oh, ich hab ihn reingebeten und er geht. Das ist natürlich auch irgendwie ein Statement, ne? Girl, du kannst nicht mit deiner Tante, die Seniorin ist, Party machen gehen. Das ist irgendwie unangenehm. Wir haben halt niemanden, den wir jetzt heiraten können, ne? Ich würde einfach sagen, unter welchen Bedingungen. Wir nehmen das Geld an. Wir brauchen das Geld. Ja, nehmen wir. 2.500. Kannst du nochmal mit deiner Mutti reden, bevor sie nicht mehr ist? Ich will gar nicht gucken. Nein! Ich wollte doch gerade mit ihr reden. Hm, komm hierhin. Sensi, where is you? Ah, da. Hi, äh, kann ich? Sie hat Angst vorm Sensenmann. Sie haben alle Angst vorm Sensenmann, oder? Ich glaub, traurig ist nicht so gut, oder? Wir nehmen das. Ne, nicht heulen. Los, komm. Versuch deine Mutter zu retten. Der Rest kann's nicht. Nein, er hat abgelehnt. Rest in peace. Okay. Ich mein, ich wusste es, aber ich kann das doch trotzdem nicht. Oh mein Gott, das seh ich zum ersten Mal. Ich hatte bisher, seitdem das Update ist, hatte ich noch keinen Tod. Offensichtlich wird sie natürlich ein freier Geist sein, weil wir spielen ja hier mit unseren Generationen und so und das macht sonst alles keinen Sinn. Außerdem können wir sie nicht wieder born werden lassen, deutsch und so. Wir könnten sie halt nur wieder beleben. Aber wenn, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber nicht möglich für uns. Wo ist ihre Urne? Oh mein Gott, ich dachte, die Urne ist weg. Ey, wie schön ist diese Urne? Es sind sowieso voll viele schöne Urne, ne? Ja. Oh mein Gott, stimmt. Cosrow haben wir auch noch. Aber hatten wir die Katzen nicht, oder haben wir die weggebracht? Oh mein Gott, die ganzen Sachen im Inventar. Ich verkaufe einfach mal alles Mögliche. Das behalten wir die Fotos. Scheiße, die hätte ich eigentlich übergeben müssen. Die Wellnesshappen behalte ich mal. Ein kleiner Tierhaufen, super. Das sind die Dinge, die ich will. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich kann das doch alles nicht mehr. Ey, den Strickkorb können wir eigentlich auch wegtun. Diese Arztkarrieren-Sachen behalte ich erstmal mal gucken, ob ich die noch benutzen möchte. Warum ist hier eine Blume? Ich kann doch nicht. Wie gesagt, es war klar, aber ich will das doch trotzdem nicht. Der Sensenmann macht mich fertig. Niemals macht er hier... Nein, kann er aufhören. Ist nicht in Ordnung für mich. Ja, dass er keinen Spaß hat, wundert mich jetzt nicht. Hä? Hatten wir nicht schon zwei Patienten behandelt? Also ich meine, ich kann ja vielleicht morgen mal mitgehen und dann machen wir das nochmal. Aber hatten wir das schon gemacht? Egal. Vielleicht ist sein Ventil ja auch, dass er einen Stein schleift. Für seine Mutter vielleicht auch. Wie wäre es mit so einem einfachen... Vielleicht nehmen wir mal so einen grünen. Und Raya legt sich auch direkt hin. Die kann den Tag nicht mehr überstehen, glaube ich. Er leuchtet ja auch schon. Wir haben es, glaube ich, einfach nur ein bisschen hinausgezögert durch den Urlaub, ne? Er bleibt bis spät in der Nacht wach, damit er den Kristall noch fertigstellen kann. Ja, aber er passt auch voll zu ihr. Wieso ist der Sensenmann immer noch hier? Geh weg! Ach, der kommt hier ja gar nicht durch die Tür. Das ist wahrscheinlich das Problem. Oh, wir haben noch Rechnung. 3000! Was wollen wir denn heute machen? 57? Ändere dein Bestreben. Ich meine, so richtig fühlen tue ich das von Raphael sowieso nicht. Er ist ja gar nicht so der, der auf hohes Geld aus ist. Vielleicht nehmen wir mal ein musikalisches Genie. Mein Gott, ich kann nicht reden. Das würde auf jeden Fall zu ihm passen. Er kann ja auch Geige spielen. Ich würde das dann erstmal nehmen. Auf der Arbeit kann er wenigstens auch Marley nicht, ne? Also für uns vielleicht nochmal ein bisschen hinauszögern. Haha, auf geht's. Hä, die ist voll hübsch. Ania Tillmann. Queen, auf jeden Fall. Oh, hier wurde schon eine Diagnose gestellt. Ja, dann let's go, ne? Dann klauen wir uns mal das, weil wir wollen ja auch demnächst befördert werden. Und dafür müssen wir dann zwei Leute behandelt haben. Das hilft dann ungemein. Warum ist hier Müll? Juhu! So, und bei dir können wir einen Abstrich nehmen. Die Ohren untersuchen. Alaya ist hier. Hey, girl! Oh mein Gott, dir geht's gar nicht gut. Aber wir können dich behandeln, glaube ich, oder? Ja! Cool, dann haben wir auf jeden Fall zwei Patienten behandelt. Aber jetzt steht, dass es null ist. Jetzt ein bisschen unfair. Ansonsten cheate ich mir das halt vor 15 Uhr, weil das, also, das sehe ich nicht ein. Ja, aber sie ist jetzt auch geheilt und das ist nicht wahrscheinlich, weil ich das letztes Mal schon gecheatet habe. Ist das halt so ein bisschen buggy. I don't know. Egal, vor 15 Uhr cheate ich mir das und dann ist alles gut. Der Typ heißt einfach Keller. Okay. An so einem Tag arbeiten zu gehen, ist, glaube ich, aber auch echt anstrengend. Die meisten hätten es vielleicht auch nicht gemacht. Warum habe ich Geld bekommen? Eigentlich dürfte ich... Ach so, ich wollte gerade sagen. Alle der Mitwohner haben ihre Miete bezahlt. Ich wollte gerade sagen, hä, wir kriegen doch gar keine Rente mehr. Aber ich denke, dass er gute Leistungen an sich bringt gerade. Der Sozialbedürfnis ist halt ziemlich niedrig. Aber, ey, was soll ich tun? Du arbeitest schon mit Menschen. Eigentlich, wenn wir mit denen hier uns unterhalten, müsste ja unser Sozialbedürfnis auch ein bisschen hochgehen, ne? Gar keinen Sinn. Wir haben jetzt noch die Aufgabe mit den Medikamenten, aber ich kann Medikamente nur geben. wenn wir wissen, was die haben. This is the problem. Ah, ne. Die kann ich trotzdem. Aber das ist halt nicht das mit den Medikamenten eigentlich. Naja. Ich spritze sie einfach mal. Dann unterhalte dich doch wenigstens mal mit deiner Kollegin hier, wenn ich schon niemandem Medikamente bringen kann. Oh. Sie ruft an. Und also, das ist ja die Freundin von Marley, ne? Oh, Mann. Vielleicht redet man miteinander. Guck mal, sie ist neu hier auch. Dann ist es nicht perfekt, aber muss es auch nicht unbedingt sein. So, ich kann das nicht cheaten. Ich will das cheaten. Ich kann aber nicht. Vielleicht zählt es auch, obwohl da Null steht. Ach, keine Ahnung. Ah, jetzt geht's. Hm. Pff. Komischerweise. Weiß ich nicht. Ist mir egal. Weil wir befördert werden, wäre cool. Ich wüsste gar nicht, dass die richtig auch ans das Telefon und so gehen. Süß eigentlich. Aber guck mal, die verstehen sich auch gut. Ist doch süß. Ist doch immer wieder schön, wenn man Kollegen hat, mit denen man, ja, sich gut versteht, ne? Yay! Er wurde befördert. Jetzt sind wir offiziell Krankenpfleger. Sehr, sehr cool. Über mehr Rechte beschwert man sich ja nicht, ne? Wird bei ihm halt auch jeden Moment so sein, ne? Also so weit, weil er leuchtet halt schon. Ich will das doch nicht. Wollen wir nochmal ein bisschen hier uns ansehen, was hier abgeht? In der App. Das Bild ist so süß. Ich meine, sie muss sich ja nicht sofort mit jemandem treffen, aber man kann ja Leute abspeichern. Ein Pferdeliebhaber aus Sulani. Interessant. Er hat in seinem Profil eingetragen, dass er laktoseintolerant ist. Finde ich ganz wichtig in meinem Leben, dass mein Partner laktoseintolerant ist. Natürlich. Charming. Mhm. Er scheint Postbote zu sein. Weiß ich jetzt nicht. Er sieht auch so aus wie so ein Ranchboy. Caleb Vator. Weiß ich jetzt nicht. Und you. Mhm. Fühle ich jetzt irgendwie alles nicht so. Vor allem, was ist das für eine Gesichtsvermalung? Ist schon sehr wild. Soll ich einfach mal ein bisschen Grillkäse machen und versuchen, das zu verkaufen? Raphael hat sich auch erst mal hingehauen. Fühle ich. Destiny Girl. Das ist sehr süß. Aber, wie gesagt, wir haben gerade andere Pläne. Aber es ist trotzdem schön, dass du anrufst. Meine Patientin ruft an und sagt mir, ja cool, dass du dich mit deiner Kollegin angefreundet hast. Ja. Vergessen, dass man das hier so cool machen kann. Das hier passt zum Stand. Einfach, weil eine Alliteration, denn ich's rar, ja's ragout. Wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Nee. Ach man, ich wusste es doch. Ach man, Marley. Mein Hund denkt sich so, ich störe jetzt den Moment. Aber ganz ehrlich, ich glaube, er möchte auch nicht mehr. Mit seiner Frau war es halt einfach besser. Ich tu den Grillkäse da trotzdem rein. Aber das machen wir heute nicht mehr. Kann doch nicht mehr. Mit der ganzen Gang sind wir hier. Ich würde Cosra und Destiny vielleicht dann hier hinten machen, damit sie zusammen sein können. Faith und Marley hier. Jetzt haben wir keine Fotos dabei. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber das machen wir dann noch. Und was ist denn der Grabstein? I am very confused. Dein Herz schlug nur für andere. Du wirst uns allen fehlen. Bei Cosra würde ich jetzt aber nichts unbedingt schreiben, weil mir fällt A nichts ein. Und B ist es ja keine Hauptperson gewesen. Ich liebe das. Ein bisschen Salvadorada mit einbringen. Ich meine, sie haben sich da kennengelernt und so. Also es ist halt schon was ganz Besonderes. Ein Herz finde ich, glaube ich, ganz gut, um das zu symbolisieren auch. Sie hat ja auch Yoga gemacht. Dann kann sich hier diese Zen-Steine vielleicht haben, damit man weiß, dass wir im Reich der Magie in Glimmerbrook wohnen. Ich tue da jetzt noch so eine Kiste hin. So eine Truhe. Ja, wie gesagt, die Fotos fehlen. Aber das werden wir schon noch machen. Ja, Cosra, das machen wir dann in Ruhe, wenn Destiny dann irgendwann auch leider von uns gehen muss. Aber jetzt gerade habe ich nicht die Kapazität dafür. Richtig trauern tun wir dann wahrscheinlich im nächsten Part. Denn ich nehme hier schon wieder fast zwei Stunden auf. Upsi. Ein bisschen eskaliert. Aber es war es mir wert. Ich bin gespannt, wie wir das verkraften können. Immerhin können wir jetzt demnächst dann das neue Haus bauen. Ich weiß nicht, ob ich es direkt zum nächsten Part schaffe. Vermutlich nicht. Aber irgendwann demnächst. Vermutlich werde ich es dann auch streamen. Und dann nochmal als Speedbild hochlaufen. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss.